Wenn ich schon wieder so eine verdammte Song kürze, dann auch nicht so schwer. Zwar vielleicht ein, zwei schwierige Gegner, aber dafür halt sehr kurz. So. Die wandeln immer hin und her. Hättest du mich nicht warnen können vor den Spookies? Kenn ich nicht. Aber nein, da war ich drüber. Da war ich eindeutig drüber. Das schaue ich mir danach nochmal an und ich werde einen Brief an das Super Mario World Team schreiben. Mhm. Die gibt's ja bestimmt noch. Muss. Sonst werde ich sie eigenhändig in ihren Kläbern aufsuchen. Eigentlich könnte man ja, wenn man das hier schafft, doch einfach fliegen. Ah. Ui, was ist das denn? Was macht er denn mit dir? Du kannst ja nicht unter das blaue Feuer holen und bist dann super... Natürlich. Super awesome. Äh, Maria. What? Scheiße. Ui, 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 ui. Ach, aber das passiert ja gar nicht, wenn man da rankommt. Woran? An das blaue Feuer. Ich war auch nicht dran. Ach so. Es sah bei mir so aus. Mhm. Ach, das war das. Ach, das sind doch hier diese Blockbues. Blockbue? Mhm. Und was ist das hier für eine DNA-Strang-Kette, die dir hier neher fliegt? Mö, ne? Eine Buh-Kette vielleicht. Ach, Mist. Zu niedrig, glaub ich. Die müssen noch... Genau so. So ist doch ideal. Fast ideal. So. Und damit war's das eigentlich schon. So schwer war's ja nun auch noch nicht. Mit Crape hätt ich's auch geschafft. Ja, hast du super gemacht. Also... War großartig. Kann man nicht anders sagen. So, ich folg dir dann mal. Ach, ich schwöre das hier jetzt schon. Ach, ich schwöre das hier jetzt schon. Ach, das ist ja. Das wäre nämlich das Level in... ... ner gewissen Zeit quasi. In den... ... in den... ... letzten Raum. Wo du quasi den zweiten Raum vollendest da. Dann kommst du dann hier zu dem zweiten Ausgang quasi. Aber da muss man echt... Das ist mit der Zeit... Überrasse ich dir mal lieber. Bei mir ist das ja eher so Hakuna. Aber was, was, was ist das denn? Das war kein Boden mehr. Ja, die sind halt andersrum dann. Ach, das war ja doof. Kann man ja... Aber wenn man die Level nicht kennt, ist das schwer. Da kann man ja auch gar nicht wissen. Tja, mal lang dran. So, erstmal gibt's ja... Aber du hast ja gesagt, ich... ... soll hier durchrushen ohne Ende. Nee. Du hast doch gesagt, das überlasse ich dir oder so. Ach so, na gut dann. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt schon zu langsam dafür. Ja. Ja. Bei mir warst du schon dreimal unten durch. So, ich weiß gar nicht, was ich jetzt... Ach, das hat dich wohl nicht getroffen, oder wie? Ja, hat mich getroffen. Gut, boah, Chuck. Nö. Aber ich glaube, das war jetzt schon der zweite Ausgang. Ja, genau. Na gut. Wo gehst du denn da hin? Da geht's quasi... Naja, ist halt wie so'n Umweg wie vor uns hat. Bei dem... Vanilla Dome. Also lasst ihr Zeit. Hol den Yoshi. Bitte, bitte, trifft ihn gut. Puh, hier bin ich sicher. So, und wie geht das jetzt? Zeig her. Da ist ein langer Raum. Da... Uah! Aber hier kann man ja nicht mal drauf stehen. He... 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 Es ist... Äh... Sieht wirklich lustig aus. Ah. Boah! Na gut, aber da konnte ich auch nicht rüber, da konnte ich ja nichts machen. Wie wär's denn, wenn du mir mal schnell blauen Yoshi bringst? Wir haben noch keinen blauen Yoshi. Ja, das ist ja ganz toll. Mach dich dann weg. Komm, ganz schnell. Ich bin auf der Kippung. Könnte ich eigentlich da mal machen. Kannst du die Level hier unten machen? Dann mach ich die... Du vergnügst dich da oben. Mit den ganz schweren. Ja, ja, natürlich. Kann man ja jetzt Zeit lassen. Musst du mir ja sogar Zeit lassen. Ja, musst du ja. Du musst praktisch nachher ein bisschen auf und ab laufen. Bei dir... liegt da die Zunge nicht immer aus. Und? Ich weiß gar nicht, ob das auf das Limit 2,50 für den zweiten Raum war oder... Das war natürlich jetzt auch quasi blöd. Das war ja ganz dämlich. Alles verloren. Alles. Voll Ausstattung. Alles vernichtet. Ei, ne, da wollte ich gar nicht hin. Nicht nochmal. Wo ist denn eigentlich Chocolate Island 1 hin? Wie, das hat man ja schon. Ja, aber ist ja weg. Wie weg? Ja, das frage ich natürlich, wo es hin ist. Wo ist es denn noch da? Habs Level gerade nicht mehr auf der Karte gesehen. Ja, ist noch da. Ja. Und der Yoshi, der ist auch noch da. Wehe, du kommst dann wieder angelaufen. Ja, machbar. Ja, machbar. Ja, machbar. Ja, machbar. Ja. Ja, machbar. 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 Ja. Und ich glaub, ich werde trotzdem jetzt hier durchinnen. Und dann lieber am Ende warten. Das war wesentlich einfacher, als auf den Dingern hier in den Herzen laufen. Ach, da war da... Oh, wenn ich das schon wieder sehe, wie viel da noch kommen darf. Wieso? 2, 5, 2, probieren wir es doch jetzt mal. Ja, das ist schon mal ein anderes Ende. Aber wenn man das auch wieder nicht weiß, das ist ja unheimlich kompliziert alles. Naja, du wirst den zweiten Ausgang ja erstmal nicht finden. Ja, aber den braucht man ja wahrscheinlich vorläufig. Nö, den braucht man ja nicht vorläufig. Nö. Worum haben wir den da geholt? Na, das hast du gesagt, wir haben 100% Let's Play. Ah, okay. Da dachte ich mehr. Ah, die sind ja auch wieder da. Auch mitgereist hier. So, jetzt geht's endlich weiter ins Bonus. Wunderbar. Ähm. Oder das ist gut. Wut? 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 Müsstest hoch für die Mitte hüsten. Uh. Waur ich allerdings die Mitte. Aber normal ist es ja einfach wenn da bloß schildkröten drin rumlaufen. Was läuft denn da später rum? So ein Herrkreis, äh, das kann doch nicht die heißen solche. Ach die, ja, ja, ich weiß, diese schwarzen kleinen Bubbeln. Flamenco-Käfer hier. So. Genau. Genau die. Kann sich nur tuppen, genau. Was bist du denn für ein... Verdammter! Verdammter! Versteh' absolut nicht, was das soll. Ach, das ist ja gar nicht schlecht, zwar. Na, das ist ja quasi... Luxus-Port. Ja, naja, das ist ja... Aber der zweite Ausgang, wo war denn das jetzt? Aus hier? Ne, hier kommt noch raus. Oh! 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 Bis zum nächsten Mal.